Grüß Gott, ich werde Sie jetzt kurz durch den Vorbereitungsteil dieser elektronischen Prüfung und die Verwendung des SafeXM Browser führen. Also wenn Sie die Datei runtergeladen haben, dann klicken Sie da doppelt drauf und dann werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Das ist im Fall der Elementar-Diskreten-Mathematik EDM, alles Großbuchstaben, Raute und dann 2019. Und dann dauert das einen Moment und dann startet dieser neue Browser. Sie müssen sich jetzt ganz normal mit Ihrer Benutzerkennung einloggen. Da das ein eigener Browser ist, ist da auch nichts gespeichert. Also Sie müssen das wirklich neu eintippen, das Passwort, und sich dann anmelden. Nach der Anmeldung befinden Sie sich dann direkt im Moodle-Kurs und die Einstellung ist auch so, dass Sie direkt nur den Bereich für die Prüfung sehen. Und jetzt der Vorbereitungsteil. Hier beginnt die eigentliche Prüfung, das ist so ein Moodle-Test. Der ist genauso, wie wenn Sie in der sicheren Prüfungsumgebung vor Ort schon mal einen Test hatten. Ich werde den jetzt starten. So, da möchte ich jetzt einen Test durchführen. Hier stehen auch ein paar Hinweise. Die Probeprüfung ist nur mit dem Safe-Exam-Browser zugänglich. Aber das ist noch ein Tippfehler, werde ich noch korrigieren nachher. In der echten Prüfung erhält man natürlich kein Feedback zur Korrektheit der Lösung bei dieser Probeprüfung dann eben schon. und was hier noch steht, bei einer Aufgabe gibt es mehrere Lösungen und dann kann der natürlich nicht sicher die richtige erkennen. Also er erkennt eine richtige Lösung. Es gibt aber mehrere richtige Lösungen, die erkennt er dann nicht. So, lange Vorrede. Wir führen mal den Test durch. So, wir haben jetzt hier 30 Minuten Zeit. In der realen Prüfung haben Sie eigentlich nur 15 Minuten Zeit. Ich werde das da aber trotzdem vorkonfigurieren auf 30 Minuten, damit da nicht, wenn Sie 17 Minuten brauchen, da irgendwelche Probleme entstehen. Oder sagen wir mal zumindest auf 20 Minuten. Gut, dann beginnen wir mal unseren Versuch. So, jetzt sind wir hier in dieser gewohnten sicheren Prüfungsumgebung. Kleiner Unterschied, weil ich ja nicht vor Ort bin und Sie mich nichts fragen können, gibt es hier so eine erste Seite Anleitung Chat für Rückfragen. Nur jetzt bin ich hier leider ganz alleine. In der wahren Prüfungssituation wäre ich da und Sie wären da. Und dann könnten Sie fragen, ich habe eine Frage zu Beispiel 1. So, und dann sehe ich das und kann darauf antworten. Hier folgen die eigentlichen Prüfungsaufgaben. In der elementaren diskreten Mathematik ist nur eine davon zu bearbeiten. Aber man kann sich natürlich beide erstmal ansehen. Schauen wir uns die mal an. Aha, erste Aufgabe. Erweiterter euklidischer Algorithmus, also den GGT bestimmen und dann zwei Zahlen R und S, so dass sich der GGT ergibt. Das ist auch die Aufgabe, für die es mehrere Lösungen gibt. Die Standardlösung, die man, wenn man den Stumpf runterrechnet findet, die würde hier auch als richtig erkannt. Aber da Sie nachher sowieso die Lösung im Prüfungsgespräch erläutern müssten, ist das auch nicht so schlimm. Das ist hier nur, damit das schon mal abgespeichert ist. Wichtig ist, Sie müssen Ihren Lösungsweg irgendwo notieren, weil hier können Sie ja nur die Lösung eingeben und Sie sollen mir nachher aber den Lösungsweg noch erklären. Und dann müssen Sie den irgendwie hochladen oder mir per E-Mail schicken oder zumindest in die Kamera halten. Also den Lösungsweg auf jeden Fall notieren, wenn Sie diese Aufgabenstellung bearbeiten wollen. Aber es kann ja sein, dass Sie sagen, naja, schauen wir mal, was der Fohns noch als zweite Aufgabe im Angebot hat. Oh, Relation. Okay, dann hätten Sie hier ein Beispiel zu Relationen. Gegeben wäre die folgende Relation. x, y, Element n. x steht in Relation zu y. Genau dann, wenn x ein Teiler von y ist. Und hier ist der Plot dazu angezeigt. Und jetzt steht hier eine Aufgabe. Wir sollen uns anhand des Graphen entscheiden, welche Eigenschaften eigentlich diese Relation hat. Zum Beispiel, ob sie reflexiv, irreflexiv keins von beiden ist. Ich schaue jetzt hier zufällig irgendwas an und sage mal, ja, das ist auch eine Funktion. Und ich sage, okay, ich habe jetzt Aufgabe 2 bearbeitet, Aufgabe 1 schaue ich mir gar nicht weiter an. Wichtig ist auch hier, Sie müssten Ihre Argumentation, also warum Sie das anhand dieses Graphen erkennen können, müssten Sie sich irgendwo hin notieren, weil Sie sollen die nachher eingeben. Aber jetzt sind Sie mit diesem Prüfungsteil fertig und würden hier auf Versuch beenden gehen. So, dann zeigt er nochmal, Antwort gespeichert, bisher nicht beantwortet, ist klar, weil Sie sollen ja nur eine von beiden bearbeiten. Und jetzt klicken Sie, um den Test abzuschließen, hier unten auf Abgabe. Ja, Sie werden nochmal gefragt, weil Sie können danach nicht mehr die Antworten bearbeiten. Also sagen Sie Abgabe. So, jetzt sehen Sie hier direkt, aha, der zeigt Ihnen an, was richtig und was falsch war. Da haben wir wohl Pech gehabt. Das ist aber nicht so wichtig im Normalfall, also wenn das die reale Prüfung ist, haben Sie diese Anzeige eh nicht. Was Sie immer sehen können, sollten, ist die Antwort, die Sie tatsächlich eingegeben haben. So, aber jetzt müssten Sie diesen Teil bitte auch beenden. Das geht hier unten, steht hier auch, der Prüfungsteil ist beendet. Bitte verlassen Sie den SafeXM Browser untere rechte Bildschirmecke und laden Sie gegebenenfalls eine Lösung hoch. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich beende das jetzt. SEB wirklich beenden. So, jetzt wären Sie wieder mit Ihrem normalen Browser da drin und müssten hier bei Datei-Upload Ihre Lösungen hochladen. Ich zeige Ihnen nur nochmal Probe, Prüfung, Vorbereitungsteil. Da sehen Sie auch, da können Sie Ihren Versuch noch einmal ansehen und schauen, was Sie da überhaupt eingetragen haben, auch nachträglich in Ihrem normalen Browser. So, jetzt müssen wir natürlich hier die Überprüfung beenden. Und nachdem wir das gemacht haben, gehen wir wieder zurück auf den Kurs und sagen, okay, jetzt kann ich hier meine Lösung hochladen. Bis jetzt habe ich noch nichts hochgeladen, also gebe ich eine Abgabe hinzu. So, und jetzt ist es entweder möglich, bei einigen Aufgaben kann man eh ganz gut in normalen Text antworten. Da schreiben Sie hier irgendwas rein. Bei einigen ist das leichter handschriftlich. Sie haben zum Beispiel ein Foto gemacht. Dann laden Sie das hier einfach hoch. Oder wenn alle Stricke reißen, schicken Sie einfach eine E-Mail, zum Beispiel von Ihrem Handy aus, mit dem Foto an mich, damit ich dann für den anderen Prüfungsteil Ihre Lösung habe. Ja, das war die Erläuterung für diesen Vorbereitungsteil der Online-Prüfung. Vielen Dank. Vielen Dank.